Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück, mal wieder eine Übung. Ich bin zurück aus dem Urlaub, habt ihr gemerkt und ja, ich hab mir schon fast gedacht, dass ich euch gelangweilt habe, ja, ich hab euch nicht mehr gefordert. Und deswegen ist mir aufgefallen, wir haben schon lange keine Übung mehr in Python gemacht, also machen wir mal wieder was, was im Jobinterview dran kam. Ich weiß allerdings gerade nicht, welche Firma das war, aber es kam auf jeden Fall dran und es ist tatsächlich eine nützliche Übung, okay. Wir wollen überprüfen, ob Klammern richtig da sind, also ob man quasi die Klammern richtig gemacht hat oder ob da zum Beispiel eine schließende Klammer fehlt. Kleine Beispiele habe ich hier gemacht, also S1 ist hier ein String, der erstmal korrekt aussieht, also Zahlen natürlich muss man sich hier schenken, die kann man einfach ignorieren. Der Punkt, wo es allerdings schief geht, ist diese Curly Brace hier, diese geschweifte Klammer, die wird nämlich nicht zugemacht. Wäre es so, wäre das Ganze korrekt, ja, wäre es so, ist es nicht korrekt. Das heißt, man muss natürlich immer eine Klammer aufmachen und wenn dann wieder eine Klammer zugeht, okay, hier geht noch eine auf, aber wenn wieder eine zugeht, dann muss es die passende Klammer sein. Das heißt, wenn ich diese Klammer hier zumache, dann darf die nicht rund sein offensichtlich, sondern muss eckig sein, so wie die, die davor kam. Wir kennen das aus der Mathematik, das ist sogar etwas sehr, sehr Häufiges und vom Programmieren kennen wir das natürlich auch. Und ja, wenn wir jetzt hier also eine eckige Klammer aufmachen, muss das nächste geschlossene eine eckige Klammer sein. Okay, dann ist das fertig. Hier haben wir eine Runde aufgemacht, dann haben wir hier noch eine Runde und dann ist das auch fertig und dann haben wir keine Klammern mehr offen, also müssen wir auch nichts mehr schließen. Wenn wir da natürlich eins zu viel schließen, so zum Beispiel, dann geht das natürlich auch nicht. Und hier genau dasselbe, wir machen erst eine geschweifte auf, dann eine Runde, dann eine Runde, also müssen wir zuerst eine Runde schließen, dann noch eine Runde schließen und dann eigentlich noch eine geschweifte schließen. Aber oh oh, das ist schief gegangen. Hier ist gar keine Klammer drin, das heißt, das ist in Ordnung und hier haben wir ein Beispiel, wo es wirklich gut funktioniert hat. Das heißt, wir machen erst rund auf, eckig, geschweift, schließend, geschweift, eckig, rund und machen nochmal eckig, eckig. Also das heißt, das letzte Beispiel hier gibt uns true aus, das hier gibt uns true aus, das hier sollte false ausgeben. Soweit die Prämisse. Jetzt dürft ihr selber daran gehen und wir machen jetzt gemeinsam weiter. Das bedeutet, wir starten natürlich hier oben und naja, wir müssen uns irgendwo zwischenspeichern, was wir schon gesehen haben. Also wir können nicht einfach sagen, ey yo, hier ist eine Runde Klammer aufgegangen, irgendwo muss eine Runde Klammer geschlossen werden, das wäre falsch. Wie gesagt, hier rund zu schließen und hier eckig zu schließen, das ist nicht gültig. Dementsprechend müssen wir hier uns irgendwie merken, also quasi so eine Liste, einen Stack sozusagen an offenen Klammern. Das heißt, wir sagen hier einfach mal Paras dazu und haben hier diesen Stack an offenen Klammern, der einfach eine Liste ist. Und ja, jetzt können wir hier uns noch eine kleine Erleichterung machen, dachte ich mir. Und zwar, wenn wir Klammern sehen, dann wollen wir natürlich immer das Gegenstück der Klammer beim Schließen sehen. Was dieses Gegenstück ist, das kann man sich in einem Dictionary zum Beispiel speichern. Und ja, wie nennen wir das Ding jetzt? Nennen wir es einfach mal Parasdict. Also ein Paradictionary sozusagen, für Parentheses das Dictionary. Okay, wie soll das Ganze aussehen? Naja, wir haben zum einen mal die Runde Klammer auf. Die Runde Klammer auf erwartet eine Runde Klammer zu. Wow! Danke, Sherlock. Ja, ich weiß, ihr seid jetzt sehr viel schlauer, aber man muss das manchmal so machen. Und dann haben wir hier das, das ist die eckige Klammer. Und dann haben wir natürlich noch die geschweifte Klammer auf, die die geschweifte Klammer zu erwartet. So, wie gesagt, ich mache diese Übung jetzt auch gerade mit euch gemeinsam. Ich habe mir davor keine Gedanken darüber gemacht. Ich bin der Meinung, wir brauchen die andere Richtung nicht. Also wir brauchen für die geschlossene, zur offenen Klammer, das brauchen wir eigentlich nicht. Ähm, so könnte es uns genauso funktionieren. So, und jetzt sagen wir hier for i in range. Ähm, for i in... Ich glaube, wir brauchen gar keinen range, wir brauchen einfach nur den String s. Also für jeden einzelnen Buchstaben in unserem String machen wir folgendes. Ähm, wenn i in unserem paras dict.keys ist, also wenn es entweder Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf ist, ähm, also wenn es eins von den dreien Klammern auf ist, dann machen wir was? Naja, dann fügen wir das natürlich in unsere paras hinzu. Also paras.append.i. So, dann wissen wir, okay, da ist gerade eine Klammer aufgegangen, wir brauchen irgendwann die passende Klammer zu. So, ähm, ansonsten ist irgendwas anderes passiert. Das bedeutet, äh, in unserem Fall, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass wir nur eine Klammer haben. Ähm, okay, also entweder Klammer auf oder Klammer zu. Ähm, wir können das natürlich auch prüfen, also, äh, allowed ist gleich, ähm, Klammer, Klammer, die Klammern und die Klammern, was anderes erlauben wir nicht. Dann sagen wir hier elif, ähm, i in allowed. So, wenn das in allowed drin ist, dann machen wir etwas, ansonsten machen wir einfach gar nichts, pass. Ähm, das kann man sich natürlich sparen, das ist jetzt hier nur für mich. Das wäre dann der Fall, wenn wir hier zum Beispiel eine Zahl drin haben, also hier eine 1 oder hier eine 1 oder so, oder ein Leerzeichen, dann wird das einfach ignoriert. Das wäre der else-Fall. Und hier sind wir natürlich im weiteren allowed-Fall. Das bedeutet, wir haben, naja, offensichtlich hier eine schließende Klammer, weil wenn es eine öffnende Klammer ist, dann hätten wir hier diesen Fall gehabt. Also, hier haben wir eine schließende Klammer. Was passiert bei einer schließenden Klammer? Naja, erstmal, ähm, der einfachste Fall ist, wenn unsere, unser Paras, äh, Array hier, oder unsere Paras-Liste, wenn die leer ist, dann haben wir offensichtlich ein Problem. Denn dann schließen wir was, was vorher nicht geöffnet wurde. Also sagen wir hier, ähm, wenn Paras, wenn die Länge von Paras kleiner gleich 0 ist, dann returnen wir false. Das darf nämlich nicht passieren. Okay, die Länge kann niemals kleiner als 0 sein, aber wenn sie halt gleich 0 ist, ihr wisst, was ich meine, okay? Ähm, dann returnen wir natürlich false, denn das kann nicht sein. Und jetzt der zweite Fall. Das ist der eigentlich spannende Fall hier. Das wäre, wir schließen eine Klammer, die wir eventuell vorher geöffnet haben. Jetzt, welche Klammer schließen wir? Naja, wir müssen die schließen, die wir als letztes geöffnet haben. Okay, als letztes geöffnet. Das bedeutet, wir brauchen die als letzte geöffnete Klammer. Die kriegen wir aus Paras von minus 1. Das ist immer die letzte Klammer, also quasi zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so eine, ähm, eckige Klammer aufgemacht haben, dann ist es die hier. Ähm, die als letztes drin war sozusagen, deswegen minus 1 und nicht 0. Okay, was wollen wir mit der machen? Naja, das soll gleich sein. Beziehungsweise nein, das Gegenstück dazu soll natürlich das sein, was wir jetzt hier haben. Das heißt, das Gegenstück, hm, wie, 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 also erstmal das Aktuelle, wie bekommen wir das? Naja, das ist natürlich I. Und das Gegenstück, was soll das sein? Oh, ja, richtig, ich habe hier ein else geschrieben. Warum habe ich denn hier ein else geschrieben? L, if. So. Das Gegenstück zu der Paras von minus 1, das bekommen wir hier in ParasDict. Und das, äh, ups, das war die falsche Klammer. Seht ihr, ich mache auch Fehler mit den Klammern. So. Und das soll bitte I sein. Und wenn das der Fall ist, dann, was machen wir dann? Naja, dann müssen wir das letzte Element entfernen. Das heißt, wir gehen hier wirklich her und löschen sozusagen Paras von minus 1. So. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir printen uns aber auf jeden Fall hier Paras jedes Mal aus. Und gucken uns an, ob das auch wirklich so funktioniert. Ähm, und ich würde auch mal vorschlagen, wir machen nur einmal das. Okay. Ähm, ach so, ja, vielleicht sollte ich noch was zurückgeben. Upsi. Ähm, genau, wir haben hier einmal, das wäre return false. Am Ende müssen wir natürlich noch uns überlegen, wann geben wir denn true zurück und wann geben wir false zurück. Naja, ähm, wenn die Länge, ähm, ja genau, wenn die Länge von Paras am Ende wirklich gleich gleich 0 ist, äh, dann können wir eigentlich hier return true zurückgeben. Und ansonsten geben wir hier return false zurück. Denn wenn am Ende keine Klammern mehr übrig sind, dann haben wir alle Klammern sozusagen aufgelöst. Alle geöffneten Klammern wurden aufgelöst. Und das ist doch das, was wir haben wollen. So, ich würde am Ende ganz gerne auch nochmal hier die Paras ausgeben, damit wir auch wissen, was wir am Ende noch drin haben. Und dann schauen wir uns das doch nochmal an hier. Okay, also wir haben hier ein false, das ist korrekt in dem Fall. So, das heißt, was passiert, wenn wir die hier aufmachen? Also wir haben erstmal die leere Liste. Dann öffnen wir eine Klammer. Okay, die wird auf unseren Stack geschrieben. Dann öffnen wir die nächste Klammer, das ist diese eckige Klammer hier, die wird auf den Stack geschrieben. Dann schließen wir eine eckige Klammer. Ups, die wird auch auf den Stack geschrieben. Das ist fein, beziehungsweise sie löscht diese Klammer hier vom Stack, weil natürlich wir dadurch diese Klammer quasi wieder auflösen. Dann haben wir eine runde schließende Klammer und löschen die dafür vom Stack. Und dann haben wir wieder eine leere Menge hier, beziehungsweise eine leere Liste. Wunderbar. Wir öffnen eine geschweifte Klammer. Das ist das. Wir öffnen eine runde Klammer. Wir öffnen noch eine runde Klammer. Wir schließen eine runde Klammer, deswegen verschwindet das wieder. Und wir schließen noch eine runde Klammer, aber die eckige, äh, die geschweifte bleibt offen. Dementsprechend haben wir hier immer noch dieses geschweifte Ding am Ende und geben false zurück. Und das ist korrekt soweit. Das war genau das, was wir haben wollten. Ich kann das eigentlich so drin lassen. Machen wir hier S2. Der sollte recht schnell gehen. Der wird direkt auf true ausgewertet. Und dann machen wir mal S3 hier rein. Und der sollte auch auf true auswerten. Und wir haben hier offensichtlich was gefunden. Und zwar leer. Dann rund auf. Eckig auf. Geschweift auf. Geschweift zu. Eckig zu. Rund zu. Eckig auf. Eckig zu. Und true zurück. Wunderbar. Dementsprechend haben wir alles, was wir soweit wollen. Wir können hier diese, ähm, diese Print Statements löschen. Und ja, wir hätten es natürlich auch mit Debuggen lösen können. Aber ihr wisst, was ich meinte. Ähm, so kann man das auch wunderbar machen. So. Und ja, ähm, das wär's eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ihr konntet was draus mitnehmen. Und, ähm, wenn es euch zu leicht oder zu schwer war, dann schreibt mir das ganz gerne. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.